wir sind immer noch museum und damit herzlich willkommen zurück zu let's play was war das in der letzten folge los ist ein schöner zombie imstand genau man steckt man sich zu einfachen ziegelschein in die jackentasche alt war das wo bin ich froh dass er das gröbel da hinten oder was er hat ja eine überraschung dass wir da noch hin müssen aber die frage ist wie kommen wir dahin weil das ist so viel doch los ist voll weit ich dachte mir ist es wir werden mittlerweile schon so wie da aber scheinbar ja nicht okay super wie machen wir es wie machen wir es klar mit hier hin oder weit nee aber wir sind darüber ne so Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... So. Ich bin lieber. Komm, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Ja, man. Oh. So, wer sind sie? Oh, ja. So, wir müssen da scheinbar rüber. Okay, das kommen wir nicht so hin. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das? Ich würde ja ganz spontan die... Darauf habe ich gewartet. Ich hatte nur gehofft, irgendwie noch... So. Oh, die stehe mir ein bisschen in den Weg manchmal. So. Ja, diese gelben Dinger, Punkte da sind angezeigterweise, dass man da irgendwie hin muss. So. Wunderbar. Oh, jetzt fehlen noch die... Die beiden Mädels. Na, auf jeden Fall. Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt, aber... Ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Oh, scheiße. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klöger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Wir gehen hier nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Bitte was? John. Lass mal sehen. Zeig es mir! Oh, scheiße. Oh, Gott. Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt noch ihr Versteck. Nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh, nein. Sie sind hier. Ich verschaffe euch bald. Aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Das ist nicht so schwer. Oh, ich kann gar nicht... Nein, geh einfach! Geh doch. Manchmal diese extrem schwere Entscheidung. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Oh, verdammt! Wie konnten wir das noch tun? Stopp. Oh, ohne uns stirbt sie da. Stopp. Nicht an den uns. Oh, Mann. Hier. Wir müssen hier. Stopp. Einfach weiter. Ich wüsste sich leider den schweren Herzens. Ich wüsste mich. Das war's. Scheiße. Scheiße, nein. Ich hatte auch gar keine Muniz mehr, ich kam auch nicht raus. Oh, mein Gott. Tess. 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 Seinen. 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 Ich muss gucken, dass wir hier rauskommen. Gleich mal zieh mal runter. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Das ist super. Das sind noch ein paar. Das sind noch ein paar. Das ist noch ein paar. Das ist noch ein paar. Das ist noch ein paar. Die ist noch ein paar. So und hier sind zumindest mal, der ist mal durch. Ich muss die jetzt nach und nach holen. So Der nächste Sehr gut Das Problem ist, ich kann jetzt nicht hier nichts abhauen Weil natürlich jetzt da auch noch Also es sind so zwei Stück, die auf jeden Fall rumlaufen Minimum Los, findet ihn, er kann nicht weit sein Ich gehe hier lang Du, überprüf den Raum So, der auch tot, das heißt, der nächste fehlt noch So, bloß ist es noch einer da mehr Oder ist es der nur? Zwei auf jeden Fall noch Ich versuche es gerade, ob ich sie komplett alle weggelegt bekomme Also gut, der wirkt bekomme Drei sind es noch Scheiße Zwei wie nur noch Die Frage ist, ob wir die beiden noch bekommen Und sich aus dem Museum bekommen Oder auch nicht Wir sind also in der nächsten Folge wieder bei Let's Play So leist doch was Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Ich gehe hier